Sieh irgendwo das Ding, da oben ist einer, den seh ich, äh, Alter, der Schatten. Und immer der da hinkommt, ich weiß es nicht zurecht. Ach, die Gegner warten auf mich. Unglücklicherweise. Der Schmerz ist aufregend, ich muss euch lauten. Das langweilige Köln. Ta. Ich kann die nicht blocken, weil er immer fliegt. Idioten hier hinvisiert. Oh, ich hab gern das unsichere Schwert. Hab ich mir mit sicher das hier. Oh, das war's glaub ich. Ui, hier ist er Overslide. So. Vorsichtig. Ähm. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hin soll eigentlich. Ah, wobei vermutlich runter, ja. Ja. Uh. Okay. Vorsichtig. Wir wollen natürlich keinen Sturz verursachen. Ich sagte, keinen Sturz verursachen. Okay. Ich glaub bis zum nächsten Upgrade dauert es jetzt ein bisschen. Das nächste Upgrade kriegen. Ist eh gut so. Es kann ja nicht sein, dass ich in einer Stunde drei Upgrades finde. Ist jetzt traurig, dass ich für das erste schon 20 Minuten gebraucht hab. Ja. Ihhh. Das sah grad aus wie so Spinnenbeine. Gut, dass es hier keinen Spinnenboss gibt. Nein! Was? Ich seh, dass ich da nicht hinbiege und dann trotzdem mach ich's. Naja, gut. Ist hier nochmal gut gegangen. Wir haben ja noch ein paar Versuche. Ein paar Versuche haben wir ja immer. Ich weiß, Artworks sollte man suchen, sollte man finden. Aber das ist so etwas, wo ich mir denke, nö. Das will ich einfach nicht. Artworks ist nicht so meins. Weil es ist ein Street, habe ich zwar Banner und Feder gesammelt, aber Artworks mache ich dann doch nicht sammeln. Wobei natürlich, ich muss sagen, Artworks machen wesentlich mehr Sinn als so Dinger, also so Federn. Wobei die Fäden natürlich auch einen Nutzen haben. Nicht so wie hier. Die Artworks kann man sich einfach angucken. Aber... Hm. Ah, da komm ich her. Ich hab grad überlegt. Hä? Ah, wobei jetzt könnten wir zu dem Punkt kommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, natürlich, wir wollen immer speichern. Aha. Ja. Ja, da wurde ich vorher schon hin, ne? Ja. 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 Die ist gleich mal richtig nice getötet worden. Manchmal muss ich zugeben, passe ich nicht auf, wo ich hin muss eigentlich. Und schau! Ich bin schon gespannt immer, Mama! Wo... wo aber du bist nicht wirklich eine frau also ich sehe das nicht ganz so eng bei dir leuchtende augen sind bei frauen nur dann sexy wenn sie wirklich auch kontakte sind leuchtende augen haben ein gt-maß moment ich muss kurz wie immer natürlich so sorry für die kurze unterbrechung das ist halt ja ihr kennt das ja von anderen let's plays grundsätzlich von let's plays von mir so ein bisschen gut dass ich die zeit zurückspulen kann ja kann ich nicht gerade hier hoch also ich bin mir nicht ganz sicher wo ich hin muss ich kann doch nicht aber das kann doch jetzt nicht vollkommen falsch gewesen sein ich muss so gehen manche und ich habe nur blieb was das was die landschaft hier und so angeht ja das ist schon okay dass ich hier hochgekommen bin ja das ist schon okay dass ich hier hochgekommen bin also mal ja Ok, die Finisher mit der Axt sind auch zu geknallt. Der Schmerz ist... Queer! Ui, ui, hui, 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 das gibt ein schönes Amt, ne. So, die Waffe ist ziemlich nice, die ist immer mit. Hier ist nix. Was für ein schöner, karl, also grad gewachsener Baum, das da rot ist, hm? Warte, ich fuhre mir mal schnell hier. Komm, ich bin hier durchgehend. Ja, sie sind wirklich schön grad gewachsen, oder? Vielleicht auch so gebaut. Hm, man weiss es nicht. Oh mein Gott. Okay, dann einmal rund über dumm. Und wieder runter. Und rüber und hoch und wuuu. Ich mag das Klettern. Führt eure Befehl aus und töten! Pjuuua! Bäm, bäm, bäm! Das ist kein Engel! Das muss man einfach rausnutzen. Das muss man einfach rausnutzen. Sprockene Waffe. Okay, wie geht's weiter? Dann sind wir rüber gesprungen. Okay. Ah, Speicherpunkt ist schon mal nicht schlecht. Das bedeutet ja meistens, wir sind auf dem richtigen Weg, ne? So, jetzt hab ich die Musik mal... Nö, doch nicht. Ich dachte, sie verstummt jetzt, aber nö. Ich dachte schon, dass ich da die Bäume muss, weil die sind so... Die sind auch so gerade wieder aus, ne? Diese... Wunderschön gewachsenen Bäume hier. Ups! Ich würde gerne da rüber. Oh. So. War nicht noch eine 2, eine 3? Ich dachte, da war noch eine 3. Na gut. Kann man nix machen. Ähm... Oh ja. Ich... Ich... Ich wollte gerade sagen, das... Puh. Puh. Das könnte ja schief gehen, ne? Das weiß man ja nicht. Alter. Speichel nicht zu lange. Im letzten Gebiet speicherst du wahrscheinlich 3 Stunden, oder was? Ähm... 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 Äh... 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 Okay. Hui! Gott sei Dank. Für Babylon! Oh ja. Ich mach das. Ja, ich mach das. So. Ich mach das. Ich mach das. Ja. So. Ich mach das. Schwert. Es hilft dir nichts. Ich muss eh viel lang. Wir müssen hier hochhandeln. Und die Mühfolio hochhandeln. Ja, das runtergehen ist ein bisschen schwierig. Wer ist da? Okay. Die eine hat eine ganz passable Klinge eigentlich, aber okay. Der Ort ist richtig, doch die Zeit ist falsch. Ich muss in die Vergangenheit zurück und diesen Turm in Gang setzen. Joa. Das ist so blockant. Prinz. Okay, ist nur eine Waffe. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wo ich jetzt hin muss, weil hier kann ich hin. Dann komme ich da rüber. Oder hier oben geht es auch lang, ne? Und zittli. Weil ich mir nicht sicher war jetzt gerade, ob er den Sprung überhaupt schaffen wird. Und beide schon gewohntet. Ich gehe aber aus im Schwert. Und ne Kiste. Ein Artwork ist hier. Das ist das Geheimnis. Okay. Gut. Jetzt muss ich nur wieder zurückkommen, ne? Okay. Zack. Einmal noch rum und dann... Ah, ja. Okay. Boah, das muss so heftig sein, wenn du dich so an der Säule festhalten musst und dann musst du dich noch irgendwie abspringen. Es ist schon schwer genug, dich an der Säule festzuhalten. Oh, shit. Oh, mein Gott. Nein, bitte nicht. Lauf. Lauf, Trinz. Lauf, Trinz. Oh, Gott, ich hasse dir, der Hacker. Oh, hier lang. Ui. Und weiter. Du nicht zu langsam. Ich rufe mich in die Länge entstiegen und höre ich in bald schnellen Schlösschen. Boah, schnell. Wenn die Farbe schön ist... Das ist kein Krieg noch für mich. Hoppla. Nein. Super. Freut mich für dich. Oh, geil. Oh, nicht mehr. Ich würde dir gern Wort, aber pisse dich. Oh, Gott sei Dank. Oh, natürlich. Natürlich. So, soll ich die Zeit hier einschalten? Das war der Falsche. Das ist auch der Falsche. Ah, das ist der Richtige. Das ist auch richtig. Okay, dann den da. Oh, da ist er verkackt. Na toll. Ich liebe es, dieser Rückwärts-Alto ist so richtig nice. So. Sand ist aktiviert. Ich habe immer so die Angst, dass der Sand wirklich mal nicht aktiviert und man dann wirklich nicht weiterkommt. Ja, der Sound. Ihr erhaltet einen neuen Sandbehälter. Mit einem weiteren Sandbehälter könnt ihr mehr Sand der Zeit aufnehmen. Ja, endlich. Also jedes Mal, wenn wir so eine neue Sandkammer betreten, bekommen wir entweder einen Sandbehälter oder sonst irgendetwas. Ja, das ganze Zeit. Ich liebe das. Die Kombination aus... Und tot. Das werdet ihr bereuen. Oh yeah. Sehr schöner Mut. So.